So, wieder da. Sorry für die Katze, aber irgendwas stimmt mit meinen Einstellungen nicht. Gestern ging es so voll geil ohne Länge, jetzt. Vielleicht soll ich auch einfach mal PC nur starten. Vielleicht soll ich mal dein Leben neu starten. Nö, nö. Bist schon weit gekommen. Hab heiler wird rein. Hab heiler wird rein. Naja... Ey, Bro. Ganz, ganz unten, von unserem Wasserfahrstuhl. Der letzte Block vorm End, also vorm Nichts, ist ein Diamantblock. Hab ich gerade gemerkt, bin drauf gelandet. Wie sollen wir den bekommen? Kommt so an gar nicht. Wasserfahrstuhl runter. Natürlich... Leck mich! Ja, Junge, ich bin super... Weil du bist gar nicht... Weil du bist gar nicht... Oh, oh... Viel zu wissen, was da passiert ist. Ja... Oh, Junge, du bist einfach... Oh, Junge, das ist einfach wieder... Ich bin auch... Ich stehe gerade auf einem Eisenblock, ne. Hab eine Eisenspitake mitgenommen. Die Eisenspitake war ganz oben, aber... Ich wollte die runter machen, nach unten links, ne, dass ich benutzt kann. Was mache ich? Lass du früh los und werfst du aus mit dem Inventail jetzt runtergefallen. Jetzt bin ich hier ohne alles. Ich hab mal... Ich hab auch wieder das Eisen und die Kohle mitgenommen. Ey, das war... Oh, das ist doch wieder... Ich nehm mal den Dirt... Komm, Dirtz, brauche noch was. Ich hab keines, hab ich verloren. Bin ab... Oh, das war... Das war ein Stack, Alter! Ne, zwei, ich hab den Rest nicht genommen. Nimm jetzt anderthalb Stacks... Steine mehr, scheiße. Ach, ich fall runter, all egal. Hab ja Steine. So, hier haben wir neue Stellen, das ist gut in der Kiste. Da hast du die Kiste, geil. Ab jetzt, Bro, alle Kisten, wo wir leer gemacht haben, bitte Kisten auch abbauen. Weil dann wissen wir, dass du nicht immer irgendwie hinjumpen, richtig riskant. Dann sehen wir, dass die Kiste leer ist, ne, okay? Mhm. Ich hab nen Weg zum Germant-Block gebaut, damit du den leichter abbauen kannst. Mhm. Wie soll ich da jetzt hinkommen? Bro, ganz mal kurz auf Base, bitte. Grad nicht, ich bin grad hier. Also, das ist die Kiste leer. Dann warte ich eben, ich... Ich hab's bohren scharf, das ist gut. Da wollen wir zwei von da haben, können wir ne Scharf fahren machen, der geht so. Mit, weißt du, ja... Füttern, Sitz und so. Oh, ich hab's gesehen, was runtergefallen. Da, schon wieder, bam. Wohin denn? Ich war selber auf den Stein wart, dass du auf der Base bist. Ja, ich hab aber Eisen. Ja, ich hab Diamant-Helm. Ach, ja, ist das Eisenhelm. Ach, egal, ja. Das ist so wichtig. Ich baue uns aber mit Stein Weg hin. Ganz easy hier. Und somit erweitern wir auch unsere Base. Ist das nicht groß genug oder so? Also, wenn du mich porten würdest, würde ich es sehr gut finden. Ja, ich bin selber noch auf den Weg. Ja, ich bin selber noch auf dem Weg. Oh, fuck, oh. Oh, fuck. Oh, fuck. ok bin einer base noch nicht noch nicht noch nicht sagt man jetzt hast einen heißen spitzen macht wenn ja komm mal her wir kommen hier hast du hier nimm die mal und dann komm mal her hier jeden weg langsam runter der führt zu diamantblock einfach dahin ja ich habe für einen einzigen diamantblock so einen weg gebaut da muss ich abbauen aber halt mit stein wieder hoch na und wir haben nur stein und er war in der kiste die ich da auch gefunden habe war einsteck stein also schon schlimm so muss es jetzt labst du zu liebigen tipps abbekommen sind mhm mussten jetzt hin ach da sie sehen den Weg ist voll gepusht ja okay dann bort mich zurück ja ich bin jetzt auch hier ach egal warte ja egal nein nein ich war einfach ich baue mich hoch Leute ich hab bugt bort mich schnell sonst kratzig ab ja 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 ne passt schon hau rein ach ich bin safe ich dachte schon ich dachte ich bin jetzt tot so wie kann ich mich nicht nach unten bauen ich muss mich hier nach unten weil da unten man drei die ab also da an den unteren Blöcken die halt einen unten weiter unten sind ja geht halt jetzt so gut oder mit Wasser aufzug geht das auch haben wir einen Wasser einmal? ne ne hier guck doch warte warte ich krieg auch so ne ach shit kam kein was ich brauche mehr Kisten wir brauchen mehr Kisten mehr Kisten brauchen wir yeah 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 ich falle yeah ja ich hab eigentlich immer random und irgendwann sehe ich ne Kisten und dann suche ich's oh mein Gott Silberfisch boah die ich hab'n Diamanten Pushma äh Pushma switch ja spinn ich grad tatsächlich mit Wer ist runtergesprungen ne denn zum du Hallo. Du kannst mal den Fackel machen und hier ein bisschen ausleuchten. Ja, ich habe aber keine Kohle. Kleiner Kiste. Nee, die sind jetzt verbraten. Klar. Hier, sechs. Nein, da ist keine Kohle. Nur sechs haben wir. Ja, ist doch Kohle. Ja, sechs, die waren aber am Ofen. Wie konntest du alle Kohle verbraten? Ich habe die. Hier, ich habe jetzt 20 Kackeln. 24. Hier, nimm noch du mal. Hier sind auch zwei Eisen auf unserer Base, ne? Hier. Wo denn? Im Boden, hier. Und ein Kohle. Wieso leckt das heute bei mir? Ich glaube, wir hören gleich mal langsam auf, weil... Mit Lägen ist das echt scheiße. So, ich bin wieder da und es leckt nicht mehr. Ja. So. So. 4 4 wir haben Jo, ähm, ich erst recht nicht mehr bei mir. Du wirst nicht wissen, woran es lag. Mhm. Weißt du, woran es lag? Mhm. Mhm, mhm, mhm. Kannst du auch reden, Mann. Mhm. Junge, jetzt komm, Minecraft, Mann, es geht schon weiter. Gott. Weißt du, woran das Längen lag? Ja. Sag halt nix, Alter. Ach so, ja, warte mal. Ich hab's so umgestellt, so, dass ich jetzt, wenn ich drücke, dass ich's, äh, nicht, dass ich nicht rede, und wenn ich, äh, nicht drücke, dass ich dann rede, so, deswegen hat ich gefehlt. Also woran lag's? Das, es lag daran, weil ich Graphics, also Grafiken auf, fancy hatte. Das ist so, 20 FPS mehr hab ich jetzt. Das verbinde. Das neidete. Ja. Und dadurch kommt es so über die Schneedek eyelashes. Das Wasser friert ein Schild. Ah, und nun sprüht, bedroht. Und hier regnet. Oh. Oh, und hier regnet. Schaffensschleim, erschlaffisch, erschlaffisch rüber, genau, erschlaff, erschlaff, ähm, es wäre schön, wenn du mich jetzt porten würdest, sonst würde ich die schöne Hacke verlieren, kannst du auch eben selber porten, ich muss eben craften, ja, wieso ich mich dann selber porten, slash, tp, es schneet, es schneet, es schneet, kommt alle aus dem Höhe, genau, die wehlt, die wehlt, die wiegepudert aus, yeah, was trinkst du da? Milch, Milch, hochprozentige, Wo ist denn hier meine Melone? Ach, da ist meine Melone. Melone. So, ho, 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 Sollten wir auch noch ein Dach bauen, auf unserer, also, das hier als Haus bauen, oder einfach nur eine Plattform? Plattform. Platthaus. 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 Ich jeden Tag regnet. Da, guck mal, ey, komm her. Hm? Hier, komm auf der Base hin. Hallo. Bis gut. Guck mich mal an. Ah, ihr braucht mich, nein, ach ne, der wird eh, hau rein. Hier, guck mal, hier schneit's, geht man eben hier zu Lava, es regnet! Das ist bitter. Ein bisschen. Okay, ich suche jetzt Kissen, es leckt nicht mehr. Und hier schneit's wieder, genau. Vor allem, hier hört man den Regen auch nicht mehr, ne? Ist ja auch nicht nebenan, ne? Nein, nein, nein. Nimm's so auf? Ich nehm's schon die ganze Zeit auf. Oh, ich dachte, ich glaub ich dachte grad gar nicht. Das ist jetzt irgendwie bitter von dir. Hm? Was denn? Ich nehm's schon die ganze Zeit auf. Ja, ähm... Hallo und willkommen zurück. Hier ist Diamant und ne Kiste.